Hallo, willkommen auf meiner Webseite www.pianolamuse.com Stöbert ein bisschen, schaut euch ein bisschen rum. Ich bin Pia Muse, langjährige Pianistin und erfahrene Klavierlehrerin aus Berlin und habe klassische Musik studiert. Bin dann über die Improvisation zum intuitiven Klavierspiel gekommen. Das entstand dadurch, dass ich mich zwischenzeitlich auch mit asiatischen Kampfkünsten, Meditationskünsten und Heilkünsten beschäftigt habe. Und sich daraus eine Methode entwickelt hat, die Pianola-Methode. Was das genau ist, das könnt ihr unten sehen. Es gibt den Wunderkurs jederzeit, das komplette Bundle. Und ich habe aber auch ganz viele schöne, gute Literatur, Klavierliteratur für Anfänger und fürs Improvisieren und für das Meditieren. Entschuldigung. Und habe ganz viele Online-Klavierkurse für euch. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, das eine oder andere gefällt euch. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. 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 Amen.